Wenn man Kinder hat und ganz viele Fotos auf dem Handy hat, muss man die JourneyPrint unbedingt ausprobieren. Wir haben natürlich Unmengen an Fotos auf seinem Handy und kommen eigentlich nie dazu oder man schaut sie sich einfach gar nicht mehr an. Dann habe ich die JourneyPrint App gefunden und das war natürlich super. Jetzt habe ich ein Fotoalbum zu Hause und wir schauen sie uns immer zusammen immer wieder an. Es ist ganz einfach zu bedienen, man wählt seine Fotos aus, ladet sie hoch, man bekommt den Vorschau, es wird einem das Datum angezeigt und die Landkarte, die man sich auf der Fotos gefunden hat. Man kann es dann auch etwas personalisieren und dann ist es schon fertig. Wir sind sehr zufrieden, wir haben ein Hardcover ausgesucht und mit mattem Papier. Die Qualität ist wirklich super, also wir sind sehr zufrieden. Was mir persönlich sehr gut gefällt ist, dass es nachhaltig produziert ist, dass es CO2-neutral ist und dass es eine plastikfreie Verpackung ist. Also wenn du ganz viele Fotos auf deinem Handy hast und keine Zeit, dann nimm dir die App, das ist wirklich genial, ich kann es empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.